Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier in Russian Fishing 4. Es gibt Klarheit, es gibt Infos und es gibt für manchen vielleicht sogar Neuigkeiten. Es gibt Antworten auf die ganzen Fragen des Verschleißes und der Abnutzung des Sets. Also ihr Lieben, los geht's. Ich platziere mich hier schon mal am Angelgeschäft, denn da müssen wir gleich bestimmt auch ein paar Mal reinschauen. Es gibt News und zwar gibt es von tpcatch im Forum einen Beitrag, auf den wahrscheinlich auch viele schon gewartet haben. Und ich habe recht klar kommuniziert, was, wie verschleißt, wo ist der Verschleiß, wie ist die Abnutzung beim Set. Und ich würde sagen, wir gehen das Ganze mal schön Stück für Stück durch. Ich gucke mir das an, an meinem Setup, wo hier bei mir höchstwahrscheinlich der große Verschleiß ist oder woher der kommt. Und wie sich das bei meinem Angeln dann auswirkt. Und wir gucken uns einfach auch mal verschiedene Standardrouten bzw. verschiedene Standardrollen an. Und sehen dann da, wie man das vielleicht ein bisschen besser gestalten kann oder wo man vielleicht den Verschleiß ein wenig reduzieren kann. Wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, ich verlinke das auch nochmal, also den Forumslink verlinke ich auch nochmal unter dem Video. Und ich würde sagen, wir gehen da einfach mal rein. Das Ganze startet mit den Basics sozusagen, mit den Qualitätsstufen. Und zwar, wenn man hier in den Shop reingeht und man sucht sich jetzt eine schöne Angelrolle aus, dann sieht man ja, wenn man zum Beispiel hier auf so eine Lazertine geht, dann sieht man hier Sternebewertung. Und diese Sternebewertung haben auch Einfluss auf den Verschleiß. Das ist nicht nur die Qualität sozusagen, wie oder ob man damit irgendwie besser fängt oder so, sondern das bedeutet tatsächlich auch, wie gut sind die Komponenten, die da drin verbaut worden sind. Und je höher natürlich diese Sternebewertung ist, umso besser sind dann auch die Komponenten und umso geringer ist dann eben auch der Verschleiß dieser Komponenten. Im Beitrag steht das drin, dass eine 4- bis 5-Sterne-Rolle natürlich im Verhältnis deutlich besser ist als eine 1- bis 2-Sterne-Rolle. Und wenn man dann irgendwelche Sternchen dazwischen hat, kann man sich das ja ungefähr ausmalen. Ich habe schon reingeschaut, wenn man mal die großen Klassiker der Stationärrollen sich betrachtet, sind es zum einen die Alpha mit 4 Sternen. Wenn wir dann auf die HSV zum Beispiel gehen, für die Karpfenangler, auch die hat 4 Sterne. Oder man geht vielleicht mal auf die Gold, die ja auch immer noch bei manchen Anglern ganz beliebt ist. Auch die hat 4 Sterne. Ihr seht also, die meisten gerne geangelten Rollen haben tatsächlich auch 4 Sterne. Gucken wir mal hier, die Naga, auch 4 Sterne. Was wird denn noch gern genommen? Notora, Natora, Natora wird auch genommen, genau. Auch 4 Sterne. Also ihr seht, die sind schon alle recht nah beieinander. Für mich im Hochleveling-Bereich auch ganz interessant, und da habe ich schon überlegt, ob ich mir nicht so ein Ding mal leisten soll, vielleicht auch mal eine Megara zu nehmen, anstatt der Targara. Die Megara hat 5 Sterne, 25,5 Kilo Bremse, wahnsinnig großes Fassungsvermögen, 42, 373 bei der 42 Millimeter. Und wenn wir hier schauen, 42, na gut, das sind ungefähr 50, 60 Meter, die da mehr Schnur auf die Megara passen als auf die Targara. Und die Targara hat tatsächlich dann auch nur, nur 4 Sternchen. Das heißt also, man kann durchaus überlegen, wenn man komplett auf Karpfen geht, dass man vielleicht dann eher auf eine Megara auch geht. Ja, also diese Sternchen ziehen sich durch, durchs gesamte Game. Man kann das bei den Haken sehen. Man sieht das natürlich bei den Schnüren, wie die Qualität der Schnur ist. Und so weiter und so weiter. Vorfächer tatsächlich auch. Hier haben wir wieder 5 Sterne. Und ich bin mit dem Hauptaccount mittlerweile oder schon seit Monaten und oder noch länger zugange und versuche eigentlich nur noch hochwertige Artikel zu verwenden, Produkte zu verwenden, Sets zu verwenden. Das heißt, die Artikel sollten die maximale Sterneanzahl irgendwie haben, weil ich einfach das Gefühl hatte, das sind einfach bessere Komponenten. Dass die einen deutlich geringeren Verschleiß haben, das haben wir jetzt, wie gesagt, nochmal bestätigt bekommen. Auch jetzt im Forum. Das ist doch schon mal schön. Wie gesagt, betrifft natürlich hauptsächlich den Verschleiß jetzt die Rollen, beziehungsweise dann auch die Routen. Wenn man jetzt vielleicht auf eine Fiederroute geht, gucken wir da auch nochmal rein auf die wichtigsten Standard-Fiederrouten. Die hier, die hat man ja am Anfang. Hier wird der Verschleiß relativ schnell sein von den verschiedenen Komponenten. Das heißt, der Blank wird schnell verschleißen oder schneller verschleißen, gerade wenn man diese Routen halt maximal belastet. Das kommt halt immer noch mit dazu. Und die Schnurringe, die werden auch schneller verschleißen, denn gerade bei diesen günstigen Routen sind die halt dann nicht irgendwie aus Titan oder sowas, sondern, keine Ahnung, Kunststoff oder wie auch immer. Und sind dann halt eher mal durchgeschlissen. Und wenn man dann auch noch eine geflochtene Schnur verwendet, verschleißt das halt nochmal mehr. Also, soviel schon mal zu diesem sehr schnell und sehr leicht zu erkennenden Punkt hier mit den Sternen. Fortuna Fieder, FD420, für mich immer eine der wichtigsten und besten Routen. Wenn man jetzt mal schaut, im vergleichbaren, preislich vergleichbaren Segment. Und, ja, da wird es nicht zwingend besser. Die liegen alle so in diesem Bereich von ungefähr zwei bis drei Sternchen. Zwei Komma. Dann sind wir hier bei drei. Oder es wird dann tatsächlich auch deutlich teurer. Dann sind wir hier bei dreieinhalb. Dreieinhalb, aber für so einen Start ist das dann tatsächlich, ja, tatsächlich dann alles schon wieder natürlich deutlich teurer. Aber die Frage ist natürlich, ist es so gravierend und schaffe ich innerhalb von dieser einen Verschleißphase, bis diese Route komplett nicht mehr zu gebrauchen ist, schafft man es, das Maximum quasi rauszuholen. Das heißt, vielleicht sollte man so eine normale Route oder normal gute Route mit einer Wertung von zwei bis drei Punkten, zwei bis drei Sternen, vielleicht nicht immer hart am Limit angeln, dann hat man einfach länger was davon. Das ist einfach der Punkt. Das ist auch so beschrieben in dem Text im Forum. Das heißt, wenn man diese etwas einfacheren Routen oder Komponenten verwendet, die einfach nicht auszureizen bis zum Limit. Genau, gucken wir nochmal eben rein hier in den Text. Wo waren wir da? Genau, da bezieht sich dann der nächste Part halt auf den Blank. Und da können wir auch einfach mal kurz durchgehen, was hier geschrieben steht. Wodurch entsteht der Verschleiß? Der ausgeübte Druck auf den Blank produziert über Dauer den Verschleiß. Das heißt also, wenn man konstant halt die Route massiv in den oder hart in dem Drill quasi den Blank die ganze Zeit halt ranpusht oder mit der rechten Maustaste immer wieder reingeht, dann produziert das natürlich zusätzlichen Verschleiß. Dann steht hier drin, das Wurfgewicht, wenn das überschritten wird. Das heißt, man ballert hier einfach mal ein viel zu schweres Blei dran. Man sieht hier Wurfgewicht der Route bis 100 Gramm. Man ballert einfach mal knallhart 150 drauf. Dann ist das natürlich extrem schlecht und es geht hart auf den Blank. Nachteil halt oder Hauptnachteil beim Blank, wenn man den verschleißt, man kann ihn nicht reparieren. Das heißt, wenn der durch ist, ist die Route durch. Keine Sorge, gerade für alle, die als Anfänger jetzt unterwegs sind. Auch nach Jahren des Angelns habe ich noch nicht einmal den Blank so durchgeschlissen, dass ich die Route nicht mehr verwenden konnte. Also kein Stress damit, das ist recht entspannt. Aber was mir jetzt hier schon auffällt, und das ist ja jetzt hier gerade mal der Tutorial-Account ganz frisch, die Schnurlaufringe, die sind schon ordentlich verschlissen. Da sieht man schon, diese einfache, dieses Starter-Set, ist halt tatsächlich ein Starter-Set und wirklich nicht so für den harten Drill und so gedacht. Ja, da ist schon ordentlich Verschleiß drauf. Getriebe hat auch schon ein bisschen was abgekriegt. Schmierung ist noch ganz entspannt. Spule auch. Und bei der Bremse, ja, die musste auch schon ein bisschen leiden. Gerade bei den dicken Karpfen oder so, die ich auch schon gezogen habe. Da ging das natürlich auch hart rein. Also, gehen wir nochmal zurück zum Blank. Was steht weiter drin? Blablabla, genau. Wenn das Wurfgewicht halt zu doll überschritten wird, kann das halt bis zum Rutenbruch gehen. Ich habe es schon mal probiert, ich habe es schon mal provoziert. Ich wollte eigentlich mal einen Rutenbruch dadurch irgendwie hinkriegen. Ich habe es einfach nicht geschafft. Mit, egal welchem Gewicht, hat einfach nicht geklappt. Vielleicht muss der Blank auch vorher schon so kaputt sein, dass man es dann erst mit einem zu großen Gewicht schafft, die Route zu brechen. Bei mir hat es leider nicht geklappt. Beim Drill von großen, kampfstarken Fischen, genau, wird prozentual, also automatisch, mehr Verschleiß stattfinden. Das heißt, wenn man also jetzt mit einer kleinen 6 Kilo Route einen 12 Kilo Fisch rausdrillt, dann ist das schwierig für den Blank. Automatischer Verschleiß. Im Verhältnis natürlich, man hat eine 50 Kilo Route und zieht einen 100 Kilo Fisch raus oder einen 60 Kilo Fisch raus. Dementsprechend geht da natürlich dann auch der Verschleiß drauf. Dann steht hier noch das Verhältnis von Schnur, Rolle und Tragkraft der Route. Also, das sollte alles in einem vernünftigen Verhältnis miteinander stehen. Angelt man ein Setup, welches der Tragkraft ziemlich nah kommt, wird der Blank auch schnell abgenutzt, da die Belastung dadurch höher ist. Das bedeutet also, wenn wir jetzt hier mal reingehen und wir haben jetzt hier ein Setup drauf, was quasi ähnlich ist wie die Gesamt-Tragkraft der Route, hat man automatisch einen höheren Verschleiß. Das würde also bedeuten, wie das jetzt hier eigentlich in diesem Vorzeigesetup schon ist, man geht einfach mal ein ganzes Stückchen unter die Tragfähigkeit der Route, um weniger Verschleiß auf dem Blank zu haben. Wenn wir das jetzt hier nehmen, also 6 Kilo, hier wäre jetzt 4 Kilo an Bremse und, ja gut, die Schnur ist jetzt auch nochmal ein bisschen dicker, 4,8. Verschleißt sich aber auch deutlicher oder relativ schnell, das heißt die 4,8 haben wir auch schon gar nicht mehr. Wir sind jetzt in beiden Fällen vielleicht so um die 4, das heißt deutlich unter der Tragfähigkeit des Blanks, unter der Tragfähigkeit der Route. Hm, auch das ist so eine Sache, da muss ich jetzt schon mal überlegen, gerade bei meinem Großen, wenn ich da eine 30 Kilo Route habe, ballere ich da aber auch ordentlich mit 30 Kilo Schnur rum. Vielleicht sollte man dann eher im Bereich von 27 oder so unterwegs sein. Ist vielleicht entspannter. Andererseits hat das halt auch wieder Wechselwirkung. Wenn ihr eine dünnere Schnur habt, da kommen wir aber auch gleich nochmal zu in den Infos, wenn ihr eine dünnere Schnur habt, habt ihr natürlich dann einen längeren Drill und dadurch mehr Verschleiß auf der Bremse. Also wie man es macht, der Verschleiß ist schon irgendwo da. Vielleicht muss man immer versuchen, das alles, naja, so einen Mittelweg zu finden. Gucken wir nochmal weiter, was steht jetzt noch hier zu dem Blank? Ja, als letzten Punkt zum Blank steht dann noch einmal, dass man eben das Schließen der Rollenbremse, ja, da muss man eben auch aufpassen, ist die Schnur unter der Tragkraft der Route. Wird mehr Verschleiß produziert. Ist die Schnur unter der Tragkraft der Route, wird mehr Verschleiß produziert. Das ist so ein Satz, da habe ich auch schon drei und vier Mal drüber gelesen. Könnt ihr ja mal irgendwie unten drunter schreiben, ob ihr da die Idee habt, warum das so sein soll. Ich angle in der Regel nicht mit geschlossener Bremse, also ich lasse die immer schön auf, auf 29 maximal. Ich angle auch in der Regel halt nicht auf die riesig dicken fetten Brocken, wo man halt komplett mit Bremse zu und einfach nur noch rauspumpt. Genau, und dann steht jetzt hier noch einmal minimieren des Verschleißes. Also, wie kann man jetzt den Blank eher, ja, den Verschleiß da eher minimieren? Da steht dann drin, dass man ein ausbalanciertes Setup verwenden sollte, was dann eben deutlich die Haltbarkeit erhöht. Dann sollte man niemals eine Schnur über der Tragfähigkeit der Route wählen, weil das natürlich auch zum Bruch führen kann. Das richtige Verhalten im Drill gewährleistet ebenso eine längere Haltbarkeit der Route. Auch da natürlich, wenn man jetzt so hart immer reingeht und drillt und pumpt, geht natürlich die Haltbarkeit auch runter. Und als letzten Punkt steht dann da auch nochmal das richtige Einsatzgebiet. Stimmt die Route auf eure Zielfische ab? Und da dann natürlich eher das Verhältnis, dass die Route zu klein ist, als andersherum. Das heißt also, wenn man mit einem zu schwachen Setup, sagen wir, man geht jetzt mit diesem Starter-Setup direkt an die alte Festung und möchte da zwingend irgendwie Amure kloppen, dann ist das halt für den Verschleiß nicht besonders zuträglich. Das heißt, man hat deutlich höheren Verschleiß auf diesem Arm-Starter-Setup. Dann steht bei den Routen nochmal so ein kleiner Satz extra zu den Routenringen. Das heißt also, wenn wir hier uns die Routenringe anschauen, die Schnurlaufringe, steht dann da extra drin, dass zum Beispiel die Legacy TI Titanringe, dass die da verbaut sind und dass die selbst bei einem Verschleiß von 40 bis 60 Prozent immer noch kaum Auswirkungen auf den Verschleiß der Schnur haben. Kann man sich ja leicht vorstellen, wenn quasi die Ringe komplett rau sind und kaputt sind und da zieht die ganze Zeit meterweise Schnur durch, dann reißt man natürlich irgendwie mit der Zeit die Schnur kaputt. Und bei solchen hochwertigen Ringen wie von der Legacy TI, da ist dann halt der Verschleiß trotzdem noch nicht so hoch. Da steht dann drin, bei günstigen Routenmodellen hingegen könnte schon bei 20 Prozent ein erhöhter Verschleiß auf der Schnur zu sehen sein. Wenn man das halt feststellt, dann sollte man da vielleicht reagieren, wenn man meint, okay, irgendwie verschleißt hier ratzfatz meine Schnur, dann muss man vielleicht mal gucken, ob man sich entweder eine ganz neue Angel leisten kann oder einfach mal die Ringe reparieren. Kommen wir also zum nächsten Punkt. Da sind wir jetzt bei den Rollen. Das heißt, wenn man sich jetzt hier so eine olle Rolle anschaut, haben diese Stationärrollen tendenziell schon mal ein schwächeres Getriebe als die Multirollen. Multirollen laufen halt quasi direkt über diese Achse. Hier spult es sich quasi direkt auf, die Schnur auf dieser Achse. Und bei diesen Stationärrollen ist es so, dass man ja hier in diese Richtung kurbelt, nach vorne. Aber die Schnur spult sich ja so auf, über diese Achse. Das heißt, das Getriebe an sich ist schon mal nicht ganz so stabil. Das ist mit dieser Übersetzung ist das alles nicht ganz so ideal. Und dementsprechend haben diese Stationärrollen tendenziell auch schwächere Getriebe. Macht natürlich dann letzten Endes im High-End den großen Unterschied. Deswegen geht man eben auch mit den dicken, fetten Rollen, mit den dicken, fetten Multirollen eben auch aufs Weltsangeln oder sowas, weil man da die Wellse halt richtig mit rauspumpen kann. Vielleicht sogar mit diesen Konventionalrollen, mit einer anderen Übersetzung noch. Und dann kann man da halt richtig schön Druck ausüben. Aber wie gesagt, fürs normale Angeln ist das halt schon mal, ja, ich sag mal, sind die Stationärrollen wirklich gut. Gut, im Text wird hier dann auch nochmal so ein bisschen beschrieben. Die 1.000er und 2.000er Rollen eher für Light und Ultra Light, ist ja soweit eigentlich, glaube ich, ganz klar. 3.000er eher für Medium Light, klar, geht ja auch nicht anders. Dann steht hier 6.000er Rollen fürs mittlere bis schwere Spinnfischen. Spinnfischen, 8.000er bis 10.000er Rollen für schwere Fische und für die Karpfenangelei. Ja, würde ich sagen, kann man so alles unterschreiben. Klar, ist ja so, man hockt sich halt schön mit der Alpha 8000 oder mit der HSV 8000, schön an Karpfenpuff. Und dann kann man da natürlich auch ordentlich die Dinger rausziehen, die Brocken. Dementsprechend oder so, wie die Größenunterschiede sind, so sind aber auch die Qualitätsunterschiede wieder und die Haltbarkeiten in diesen Stationärrollen. Das heißt, diese größeren Rollen haben auch alle deutlich stabilere Getriebe zum Beispiel jetzt drin. Es gibt da auch Listen, zum Teil veraltet, zum Teil aktualisiert, die kursieren immer mal wieder irgendwo. Ich kann mal schauen, ob wir, vielleicht haben wir sogar im Discord, ich meine im Discord steht sogar auch nochmal so eine Liste mit den Haltbarkeiten der verschiedenen Komponenten und so weiter. Auch da mache ich nochmal den Link unten unter das Video, den Link zum Discord unter Infos im Discord, allgemeine Tipps und Tricks und Infos und so. Da müsste eigentlich auch so eine Liste noch zu finden sein. Dann kommen wir hier nochmal zu einem ganz interessanten Punkt. Die Schmierung nutzt sich bei einer Stationärrolle nicht beim Auswurf ab. Das ist ja so, wenn man jetzt zum Beispiel die Multi, bei den Multirollen ist das halt beim Auswurf, ne? Beim Auswurf dreht sich, weil das ja über diese Achse geht, dreht sich das direkt alles irgendwie über das Getriebe. Und bei den Stationären ist der Ölverbrauch halt nicht beim Auswurf. Sie wird aber bei jeder Kurbelumdrehung benutzt. Also da hat man quasi Ölverbrauch bei jedem Kurbeln, da das Getriebe konstant arbeitet und Ölverbrauch. Genau, der Drill selber beeinflusst den Ölverschleiß nur indirekt, weil man halt kurbelt. Das ist so dann nochmal da die Beschreibung. Und wenn wir das gleiche jetzt auch nochmal schauen bei Schmierung, hier bei der Multirolle, bei den Multirollen ist es so, bei jedem Auswurf mit der Multirolle wird Öl verwendet, da hier eine direkte Zusammenarbeit genau mit den Kugellagern besteht. Zusätzlich wird hier auch bei jeder Kurbelumdrehung Öl verbraucht. Das heißt also die Stationärrollen, nicht die Stationär, die Multirollen fressen schon mal mehr Öl. Also die fressen halt in zwei Fällen quasi das Öl und die Stationärrollen hier nur beim Kurbeln. Wenn man jetzt also den hohen Ölverschleiß halt jetzt mal sich betrachtet und sagt, okay, ich verbrauche jetzt hier auf meiner Stationärrolle so und so viel Öl oder habe schon ein bisschen was verbraucht, was hat das für Auswirkungen? Und da steht dann auch wieder schön drin, Wechselwirkung beim Getriebe. Das Getriebe ist das Herzstück der Rolle, steht bei der Stationärrolle mehr in Verbindung mit dem Kugellager und der Schmierung. Je weniger Schmierung zur Verfügung steht, umso mehr wirkt sich das auf das Getriebe und auf das Kugellager aus. Das sind also jetzt die beiden Punkte, das heißt weniger Öl, haben wir also gleichzeitig einen höheren Verschleiß auf diesen beiden oberen Komponenten hier. Wenn wir also hier irgendwann richtig trocken liegen, wird man halt ratzfatz merken, dass auch hier der Verschleiß sehr schnell runter geht. Dann steht jetzt hier nochmal der Punkt zu dem aktiven Drill. Also im aktiven Drill wird das Getriebe automatisch halt mehr belastet im Drill, verwendet man beispielsweise weniger Bremsleistung auf, hier steht dann auf einer Einstellung von einer 15, von 29 oder halt 30, reduziert man den Getriebeverschleiß, erhöht jedoch den Verschleiß auf den Bremsscheiben. Und ich würde sagen, da lohnt es sich dann einfach vielleicht mal zu schauen, was kostet denn auf der gerade von dir verwendeten Rolle, was kosten denn diese Komponenten im Einzelnen. Und bei den Reparaturen, da gibt es dann auch hier in diesem Beitrag nochmal so eine schöne kleine Auflistung. Da steht dann zum Beispiel drin, Rollengetriebe, Rotenringe brauchen wir nicht, Getriebe, genau. Was ist das Getriebe? Da wird halt der Verschleiß, je höher der Verschleiß ist, desto höher sind dann da die Kosten. Die Spule, sehr teuer, wird halt komplett ausgetauscht. Das Kugel hat eben auch einen Festpreis, das Kugellager wird halt komplett ausgetauscht. Und was haben wir denn noch? Kugelager, die Bremsen, auch wieder Festpreis. Also das sind einfach so Komponenten, da schaut man, an welchem Gewässer hat man den besten Preis. Und guckt einfach, lohnt es sich jetzt, weil die Bremse vielleicht sehr billig ist, dann gehe ich halt einfach ein bisschen mehr in den Drill und drille einfach ein bisschen länger. Oder vielleicht ist das Getriebe gar nicht so teuer zu reparieren. Naja, dann halt hochdrehen ans Maximum und dann ordentlich rauspumpen die Brocken. Und auch da bei der Schmierung, da ist dann auch nochmal wieder ein Festpreis. Also da ist es dann eben auch wurscht. Habe ich jetzt hier, wie in dem Fall, 0,9% Verlust vom Öl oder bin ich bei 30% Verlust. Shitty Goal. Es wird immer die gleiche Menge Öl reingekippt. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, und der nächste Punkt betrifft dann tatsächlich auch schon das Reparieren an sich. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal, nehmen wir mal diese, demontieren das mal eben. Und wenn wir jetzt einfach mal schauen, wir gehen mal hier vor Spaß in die Werkstatt. Und schauen dann einfach mal nach. Hier haben wir, also man kann nicht in jeder Werkstatt alle Sachen reparieren. Manche Werkstätte können es einfach nicht. Die sagen, nö, da gehen wir zum nächsten. Manche nehmen zum Beispiel auch nur Gold an. Das heißt, dann geht man vielleicht wieder zu einer anderen Werkstatt an ein anderes Gewässer. Und da wird das vielleicht dann auch für Silber gemacht. Also hier, wie gesagt, wären gerade nur die Schnurlaufringe möglich zu reparieren. Dann allerdings auch nur für Gold. Völlig übertrieben. Braucht man nicht. Wenn man jetzt hier auf die Rolle zum Beispiel geht. Das ist ja das Gerät, was ich jetzt in letzter Zeit häufiger auch verwendet habe. Da sehen wir dann eben hier jetzt den Verschleiß. Gucken wir mal. Habe ich nicht noch eine gehabt mit mehr Verschleiß? 2,5. 2,5. Ich baue mal die anderen ab. So, dann gehen wir da mal eben rein. Schauen wir uns das mal eben hier an. Da sind wir bei 3 Komma. Das waren 3 Silber 30. Hier sind wir bei 2 Silber 89. Und auf der letzten auch 3 Silber 16. Also es variiert tatsächlich, wie gesagt, je nach Verschleiß variiert das dann eben hier bei dem Getriebe. Ja, und dann, wie gesagt, die hatten wir ja gerade schon, hatte ich ja gerade schon gesagt. Kugellager, Bremse. Das ist halt alles fest. Schmierung ist fest. Spule gibt es jetzt hier gerade nicht. Häufig kann man am Wolcho auch ganz gut reparieren. Da gibt es einige Komponenten, die man da gut machen kann. Ja, aber ansonsten, Ölung, Schmierung sollte hier am Windenbach ganz günstig sein. Auch da gibt es, glaube ich, nochmal so eine Liste, wo welche Artikel am günstigsten oder welche Komponenten am günstigsten sind an welchem Gewässer. Ja, und dementsprechend halt einfach mal schauen, kann ich noch ein bisschen länger? Dadurch, dass es ja ein Festpreis ist, macht es ja keinen Unterschied. Angele ich das Ding jetzt irgendwie mit 9 oder 10 Prozent Verschleiß oder ziehe ich das durch bis 25 Prozent Verschleiß? Einfach halt so lange, wie ihr sagt, so jetzt geht es aber nicht mehr. Jetzt brauche ich halt für einen 2 Kilo Fisch schon 10 Minuten, bis der draußen ist. Dann muss man halt sagen, okay, jetzt muss halt mal repariert werden. Dann schnappt man sich seine Stippe und stippt nebenbei, während das dann hier fleißig repariert wird. Also wie gesagt, es gibt halt Festpreiskomponenten und es gibt Verschleißkomponenten, beziehungsweise es sind alles Festpreiskomponenten bis auf das Getriebe. Das Getriebe ist eben prozentual, wird das halt berechnet. Dazu kommt nochmal, dass das Getriebe auch nochmal höher oder unterschiedlichen Verschleiß hat mit den benutzten Schnüren. Auch das nochmal eine Komponente, die gar nicht zu verachten ist. Geflochtene Schnur, also eine harte Schnur, hat den höchsten Verschleiß. Jeder Schlag vom Fisch geht direkt aufs Getriebe. Da ist keinerlei Dehnung oder Federung mit drin in der Schnur. Das heißt, jeder Schlag vom Fisch ballert da richtig rein. Flurocarbon kommt dann als nächstes und am wenigsten Verschleiß fürs Getriebe haben dann die Monoschnüre. Aufpassen, nicht einfach sagen, jaha, juhu, ich nutze nur noch Monoschnüre. Mit einer dicken Monoschnur am Belaya könnte es schwierig werden, einfach nur, weil man nicht ausreichend Meter auf seine Rolle bekommt. Ist halt auch wieder so ein Ding. Das heißt also, rumprobieren, man versucht am besten diesen Mittelweg ein bisschen zu gehen und dann kommt man da, glaube ich, ganz günstig bei weg. Zu der Schmierung steht jetzt hier nochmal extra drin. Gerade die Schmierung war ja ein großer Kritikpunkt, gerade mit dem letzten Update. Da steht drin, es ist jedoch nicht notwendig, die Schmierung bei 10 bis 20 Prozent zu wechseln. Achtet auf das jeweilige Verschleißverhalten und orientiert euch da dran. Heißt also wiederum, reingucken. Schmierung ist, sagen wir mal jetzt bei 40 Prozent, aber mein Getriebe und mein Kugellager ist immer noch ganz entspannt und geht gar nicht weiter runter. Ja, dann einfach weiter rausölen. Apropos ölen, ist schon wieder Bulle heiß hier. Leckt mich fett, Alter. Nächster Stream mache ich auf jeden Fall die Cam wieder aus. Unnormal warm zur Zeit, ja. Dann kommt auch nochmal eine ganz wichtige Komponente und da ist es jetzt für mich, das ist für mich teilweise neu und zwar gibt es, also hier zwar das günstigste Öl, aber auch das schlechteste Öl. Wenn man hier jetzt reinschaut und sagt, okay, hau mir mal eine Ölung hier rein, sieht man, sieht man das irgendwo? Schmierung. Sieht man gar nicht. Irgendwo konnte man das sehen. Ist das hier? Ersatz, bla 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 bla. Das Öl, was hier verwendet wird, ist wie gesagt von der Qualität her nicht so gut. Express Fishing Öl ist eben ein einfaches Öl, und das steht auch nochmal drin in diesem Infotext. Achtet da drauf, je mit diesem Öl, bla bla bla. Jeder Hersteller hat ein eigenes Öl. Am Windenbach wird primär das Express Fishing Öl verwendet, welches zwar günstig ist, jedoch schneller verbraucht wird. Katastrophe also. Das heißt also, man muss schneller wieder hier hin zum Windenbach und wieder nachölen und hat wieder Angelzeitverlust, weil er ist ja gerade ölt. Also kann man, glaube ich, besser ein hochwertigeres Öl verwenden, weniger Ausfallzeit haben und dann hat man in der Zeit schon wieder ein paar mehr Fische rausgezogen. So viel teurer kann das dann eigentlich nicht sein, wie man da dann halt die Fische rausziehen kann. Eine gute Allrounder-Lösung, steht auch jetzt hier drin, ist der Wolcho. Ja, finde ich auch. Ich war ein paar Mal schon am Wolcho, war ich ganz zufrieden auch mit. Ganz schön zwischendurch immer auf Laube gestippt, da am Anleger. Noch Kaffeeaufträge fertig gemacht, war immer top. Und dann gibt es natürlich auch immer noch die Spezialläden, diese Flagship-Stores von Simon und von Beluga. Da empfiehlte sich dann anscheinend auch, die dementsprechend, diese Markenöle da halt wohl zu verwenden. Auch wenn es alles teurer ist, soll wohl besser sein. Ja, das waren die wichtigsten Punkte eigentlich aus dem Beitrag. Ich weiß ja, einige gucken ja schon gar nicht mehr ins Forum. Ab und zu schaue ich da ja doch nochmal rein und gucke gerade solche Sachen, schaue ich mir natürlich gerne an. Fakten zum Game, das ist halt immer entscheidend und wichtig. Gerade in dem Game, wo hier so viel Meinungen herrschen. Muss man doch mal wirklich ein paar Fakten haben. Und das ist halt sehr, sehr geil. Dankeschön da nochmal an R4, dass es da jetzt endlich mal ein paar schöne Fakten gibt. Das ist top. Dementsprechend, ja, werde ich mir höchstwahrscheinlich auf dem Hauptaccount noch einmal ein, zwei andere Angelsets kaufen. Gestern im Livestream schon überlegt. Ich denke, ich werde mir ein Medium-Set, ein Medium-Spinning-Set nochmal holen. In einer mittleren Preislage, speziell für ein Belaya, dass ich da nicht kontinuierlich irgendwie mit der Ultralight angeln muss, weil das kostet dann irgendwie auf Dauer auch ein bisschen viel. Und das Ultralight-Angeln mache ich halt immer nur dann, wenn ich wirklich Bock habe, irgendwie auf Rekordjagd oder sowas. Und ansonsten auch beim Grundangeln und beim Karpfenangeln, ich werde mir schwerpunktsmäßig noch ein paar mehr Monoschnüre holen und einfach gucken, dass ich meinen Drill oder die Bremse im Drill nicht mehr ganz so hoch ziehe. Das ist für mich so ein Punkt. Ich gehe einfach lieber entspannt in den etwas längeren Drill, ballere vielleicht die Bremse vielleicht so auf Maximum mal eine 25 oder so. Und dann lassen wir uns einfach ein bisschen Zeit und ziehen den Fisch ein bisschen später raus. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass doch mal einen Daumen da, abonnier den Kanal und wir sehen uns dann das nächste Mal im nächsten Video oder im Livestream Montags, Mittwochs und Freitags in der Regel ab 21 Uhr auf Twitch. Peter. 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 Peter.